Wenn wir wieder Zeit im Blick haben, dann bauen wir mal. Unsere Speyer berichten von feindlichen Schiffen, die sich unsere Position nähern. Hehehe, ich bin L.T. Hammermann von der schwarzen Garde, diese Insel gehören zu uns, wir werden deinen mickrigen Passes einstampfen. Häufig kann unsere Scharfschütze den Angriff abwehren, wir vielleicht beobachten. Das ist Boom Beach. Ja easy. Du hast deine Speyer zurückgeschlagen, beim nächsten Mal wird es kein fairer Kampf. Unserer Scharfschütze war siegreich, gib dem Mann eine Medaille. Nehme ich gerne. Wir müssen die Initiative ergreifen und unsere Nachbarinsel befreien. Stellen wir eine Einsatztruppe zusammen, schicken Schützen auf ein Ladungsboot. Wir brauchen ein weiteres Ladungsboot für einen wirkungsvollen Angriff. Bringen wir noch mehr Schützen an Bord. Ahoi. Matrose. Die Schützen sind einsatzbereit, greifen wir den Feind an. Die Schützen sind einsatzbereit, greifen wir den Feind an. Sieg. Danke, dass du die Eindringlinge zurückgeschlagen hast. Aha, aha. Wir werden uns revanchieren. Sieg. Zurück zur Heimatbasis. Erstmal die Truhe öffnen, Digga. So sieht's aus. Wir werden auf jeden Fall versuchen, alles Max zu machen. Kommandant, wir müssen diese Basis verbessern und unsere Truppen verstärken. Ja klar. Die Schwarze Garde ist eine üble Organisation. Wir werden sie an der Küste bekämpfen. Ein Rutsch kommt nicht in Frage. Was bist du? Im Boom Beach gilt es folgendes zu tun. Greife, Gehäbel. Frag mich nicht, was das ist. Was bist du? Werbung ansehen, um Lohnungen zu verdienen. Nee. So. Was bist du? Sieht wie ein verlassener Unterschlupf aus. Wir sollten ihn untersuchen, sobald unsere Basis fortgeschritten ist. Okay. Boah. Gibt's irgendwas gratis? Nee. Okay. Nimm meine Season Kampagne teil. Schließt wirklich Mission ab. Und du noch was? Ab HQ5. Okay. Können wir dich upgraden? Nein. 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 Aber wir können auch Sachen bauen. Wir werden hier auf jeden Fall alles versuchen zu erforschen und so. Das heißt, wir greifen auch weiter an. Genau, so machen wir das. Wir greifen erstmal alles an. Wir suchen immer unsere Region auf 100% abzuschließen. Man muss immer das Rathaus zerstören und dann... Schnapp dir alle Kratzsteine. Schnapp dir alle Kratzsteine. Lass alles anregen und uns hier verschwinden. Danke, dass du uns gerettet hast. Diese Männer haben uns gefunden genommen und unsere heiligen Götzen gestorben. Sieg. Keine Verluste. Das ist stark. Hier können wir auch erstmal nichts upgraden. Dann machen wir weiter, Liga. Hochexplosiv. Ist er jetzt nicht so hochexplosiv? Nein. Hilfe. Verklickt. Okay. Hammer ab. Easy. Keine Verluste. Danke, dass du uns befreit hast. Sie haben uns tagelang ohne Essen und ohne Pause arbeiten lassen. Ja, so muss es sein. Wunderbar. Dann haben wir hier erstmal alles auf Max. Dann erkunden wir mal. Tödlich. Gut, konnte ich jetzt nicht lesen. Da machen wir es am besten schlau. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau war. Doch, es muss schlau sein. Weil die machen jetzt das hier kaputt. Okay, es ist keiner gestorben. Gott sei Dank. Keine Verluste, wir haben es. Unsere Vorfahren wurden mit Liebenstatuen begraben, die ihnen im Jenseits helfen sollten. Die schwarze Garde plündert die Gräber und nimmt die Statuen mit. Sieg. Die Story ist auch dabei. Wunderbar. Die Kommandozentrale hat uns eine Vorratskiste geschickt, um unsere Reformersch zu unterstützen. Öffne sie und wähle eine Belohnung. Verdiene Siegespunkte, um auf höhere Ränge befördert zu werden. Und bessere Belohnungen aus den Kisten zu bekommen. Wir nehmen den Diamant natürlich. Munitionslager. Oh, hier sind Minen im Werfer. Ich müsste es... Ne, das schaffe ich nicht. Obwohl. Zack, zack. Und dann auf die beiden draufgehen. Ja, komm. Jetzt will ich es versuchen. Wir versuchen. Also, wir gehen... Kann ich ein besiegen? Weil wenn ja, dann... Ist... Ich kann kein besiegen. Das heißt, ich muss meinen Plan so umsetzen. Ein hier hin und ein hier hin, damit sie das zerstören, damit ich hier noch einmal draufballern kann. Ja. Um den zu zerstören. Gut. Ja, so ist es machbar. Schaff ich's sogar, oder? Ich schaff's sogar, Lul. Ja, easy. Ja, easy. Einer ist gestorben. Einen Verlusthammer. Aber egal, wir haben's geschafft. Easy. Das war mal ein Schrein unserer Vorfahren voller alter Statuen. Ich glaube, dass die Statuen großer Macht besitzen, die schwarze Karte will sie alle haben. Wunderbar, haben wir denn ja einer zu gestorben gemacht. Danke, dass du uns befreit hast, hier ist etwas Gold für den Kampf gegen die Bösenwichte. Wenn du weitere Körper befreist, steuern sie bestimmt auch etwas bei. Ah, okay, verstehe. Interessant. Drei hundert... Gefährliches Geschoss. Du müsst wieder auf den Mörser gehen. Oh, der Mörser hat uns irgendwie sehr... Easy. Wieder A-2-Verluste diesmal. Gar kein Problem. Die Männer, die du besiegt hast, nennt sich die Schwarze Garde. Warum pfeifen sie uns an? Warum zerschlagen sie unsere alten Statuen? Oh, hat die die Statuen Fetisch? Man weiß es nicht. Gibt mir noch einen Kampf, zwölf Minuten? Ja. Mach mal easy. Hm. 400... 360... Hier ist das billiger. Das ist ja auch easy. Obwohl, zwei Schütze, ne? Zwei Schütze könnte schon gefährlich sein. Warum muss nicht? Oh doch, zwei Schütze sind gefährlich. Aber gar kein Problem. Es gab zwei Verluste. Was will die Schwarze Garde nur von diesen friedlichen Inselbewohnern? Sie werden als Zwangsarbeiter eingesetzt. Aber wonach graben sie? Keine Ahnung. Wir befreien hier alles. Oh. Upgrade. Ah. Diese Tickets. Sehr wertvoll. Ich werde vorbeischauen. Vielleicht wirst du sie eintauschen. Ah. Ach. Ich bin Manuel Nuller. Die kam doch von hier eigentlich immer, ne? Da kam so ein riesen U-Boot. Normalerweise. Ja, das haben wir hier auch schon wieder. Was bist du? Aha. So, das nächste ist Billigs. Oh. Bitte was? Wieso wird die gerade... Braucht sich gerade ein Dorf neu aufgebaut. Den Kampf machen wir noch und dann ist die Völker auch vorbei. Also der Part ist dann vorbei. Ja, haben wir wieder Dorf befreit. Sieg. Einer ist gestorben, aber der schaffte schon. Da wieder befördert. Und morgen, wenn ich wieder online gehe, dann... Ja. Gut, dann tue ich das Dings upgraden. Ist drei Sekunden. Achso. Egal. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um Rathaus 2 und so. Also bis zum nächsten Mal. Euer Konkari. Tschüss. 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 Tschüss.